Wir zocken weiter Genshin Impact. Wir haben heute gar nicht mehr so viel zu tun für den Erlebnispass. Der ist schon auf Stufe 49 glaube ich. Aber trotzdem müssen wir die anderen wöchentlichen Dinger noch machen, auch wenn sie uns für den Erlebnispass nichts mehr bringen. Neues Event. Erstellung des Kernstücks. Was auch immer. Schon wieder keine Krone. Das Ding hat man ja komplett abgeschlossen glaube ich. Überall Haken dran. Dann würde ich mal sagen gehen wir ganz fix die täglichen Missionen durch. Irgendwie nervt es manchmal jeden Tag dasselbe zu machen. Aber es gibt Urgestein. Dann würde ich mal schauen. Was ist das? Das war's für heute. Okay. Ich dachte, ich hätte den Windings da kaputt machen müssen, oder nein? Ich denke, ich hätte den Windings da kaputt machen können. Okay. Das war's für heute. Jaa! Das war's für heute. Ich bin der Geheimnis. Ich bin der Geheimnis. Ich hab dich nicht verletzt. Ich bin der Geheimnis. Ich bin der Geheimnis. Ach man, wollte ich mir noch einen Fisch mitnehmen, war es nix, egal. Wir sind fertig. Auch wieder unter 10 Minuten geschafft. Oh, sag mal, gerade dann, wenn ich nicht mehr viel klicke, sondern Kreis, Erkundung, war gestern schon ein bisschen später, sind wir noch nicht fertig. 20 Mahlzeiten herstellen, dann sollte ich aber auch schon den Erlebnispass wieder komplett vollständig haben. Was machen wir denn? Irgendes Blaues, oder? 30 Sekunden alle 5 Sekunden. Ob das sinnvoll ist? Wenn es schnell gehen muss, dann werde ich schon eine komplette Heilung haben. Kann ich hier nur 10 herstellen. Das ist dumm. Was ist das für Zeug hier? Butter. Na gut, dann kaufe ich mir mal Butter. Kann ich bei dir Butter kaufen? Irgendwo kann ich doch Butter kaufen. Bei wem? Hier konnte ich nur mal Butter kaufen, genau. Ich brauche nur 10 Stück. Das ist aber dumm. Dann habe ich jetzt genau 20, aber ich brauche ja nur 20. Das war falsch. So, was wollte ich jetzt gerade herstellen? Das hier, oder? Okay. Und ich krieg nur 3 extra. Na gut, damit reicht das schon. Und wieder bei 50. Äh, glaube ich nehme diesmal Fleiß. Einmal kostenlos bieten. Bisschen Wuggenstein. 6465. Zweimal. Mal schauen. Nachher. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Jan Feli, was brauchte sie nochmal? Gold. Mittwoch ist heute. Können wir doch ein bisschen Gold fahren, oder? Oder sollte ich vielleicht erst mal Barbara? Was braucht sie nochmal? Montag. Donnerstag. Okay. Freiheit. Dienstag. Freitag. Sonntag. Eigentlich hätte ich hier schon für jeden Wochentag irgendwas, was ich farmen könnte. Aber ich kann es halt nicht jeden Tag spielen. Ich habe immer nur Zeit für ein Spiel ausführlich zu zocken. Würde ich sagen, mach mal das hier heute. Bisschen Gold farmen. Kann man mit Jan für ein bisschen Warte. Was brauche ich hier nochmal an wöchentlichen Dingen? Wolf. Dann machen wir erstmal wieder die wöchentlichen Dinge zuerst. Fangen wir mit dem Wolf an. Wollen wir uns auf dem Weg noch diese Blumen hier. Lampenkraut. Lampenkraut. Lampenkrautiges. Einmal voll machen, bitte. Okay. Hat nicht ganz gereicht. Okay. Fangen wir mal weiter. So. Wollen wir mal. Aufgeladene bringen hier nichts. Was habe ich für Nachrichten? Was für ein Zufall. Nein, nicht Zeit. Zirnmittel. Nein, Standung. Ando. Ich habe Dreieck gedrückt. Ich bin noch nicht mal wieder richtig auf dem Boden gewesen. Das fiel mich schon, Alter. Hä? Was ist passiert? Es geht nicht. Aber ich habe noch Yanfei, die kann gegen Andrios schon ein bisschen mehr ausrichten. Ich bin noch nicht. 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 Okay. Irgendwie. Dann geh an den Blitzen drauf. Oh, einmal Traumlösungsmittel. Sehr schön. Keine unbearbeitete Waffe und auch nicht das, was ich haben wollte. Schon über 300.000 Amteurerfahrung haben wir. Spielzeughändler. Okay, wir können die Musik wieder anmachen. Das ist extrem schief gelaufen heute. So. Gucken wir mal, was wir herstellen können. Traumlösungsmittel habe ich ja. Also. Äh. Was brauche ich nochmal. Der Ring des Nordwinds. Der Ring des Nordwinds. Der Ring des Nordwinds. Gut, haben wir zwei Maringen des Nordwins. Wenn ich jetzt wüsste, ob das gut ist, schaden der Wassertropfen. Habe ich jetzt zwei verbraucht? Oh Mann. Aber beim nächsten Mal ist das hier auch mit der Krone der Weisheit. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll. Auf jeden Fall erstmal hier das Glitzern des Wunders muss noch gemacht werden. Also ist noch ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Na, na, na. Na, na, na. Na gut. Ähm. Gut, auf jeden Fall. Ähm. Philosophie ist gut. Herausforderung. Ich sollte eigentlich fünf angereichertes Harz haben. Also werden wir hier fünf Runden machen. Ich hab das Ding doch gesetzt. Ich hab das Ding doch gesetzt. Ich hab das Ding doch gesetzt. Eigentlich hätten beide gleichzeitig umfallen müssen. Nur blau und grün. Nächste Runde. Keion fehlt komplett geheilt. Wir haben's nicht eilig. So, wegen dem kleinen Stück jetzt. Ich hab das Ding doch gesetzt. Das war's für heute. So läuft eine gute Runde. Niemand wird verletzt. Oder halt während des Kampfes wieder komplett geheilt. Wieder nur blau und grün. Alter. Wie viele Runden muss man hier laufen, damit man da seine 14 Stück oder wie auch immer man beraucht zusammen hat. Also lila. Und zwar sind die Runde. So. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Irgendwie daneben getroffen, schaust du nicht mir runter. Der stand aber trotzdem neben mir. Das hat daneben gehauen. Alter. Wow, zwei Stück. Toll, jetzt ist sie nicht aufgeladen. Mika war schon wieder nicht voll. Mann. Letzte Runde. Dann gucken wir mal, ob es sich gelohnt hat. Schwerungen für die Werte. Du hast es noch keine Befestigung von innen. Abwechst du mich nicht mehr an. Also, der wird zuerst zuerst sein. Ach, wieder nicht. Jetzt gucke ich noch mal, wie viel brauche ich. Was will ich überhaupt? Was will ich? Schadenbonus für heftige Schläge. Fähigkeitsschaden. Gold, warme Gold, Gold, Gold. Das Ratzchen kann ich herstellen. Erstmal ein paar herstellen. Eins von zwei, also kann ich das schon mal nicht herstellen. So, dann machen wir das Vieh hier als nächstes. Ah ne, nicht Einzelspiele. Immer mehr Spiegel. Und ich bin wieder 1p. Wenn mal jemand reinkommt. Ich bin wieder 1p. 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 Was ich brauche Ich habe kein Geld. Ich habe meine Leben, ich habe meine Ge этой Worte. Ich werde nicht ausgehen. Ich werde nicht ausgehen. Ich werde nicht ausgehen. Ich werde nicht ausgehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt haben wir viele Reise gemacht. Ich kann mich nicht mehr so sagen. Aber wenn man in diesem Leben ist, dass ich nicht mehr so sagen will, dass ich das nicht mehr so sagen will. Ich kann mich nicht mehr so sagen, dass ich mich nicht mehr so sagen will. Schlecht gelaufen. Nein, die haben nicht die Wette verlassen. Alter, es nützt nichts hier mit irgendwelchen Hieroglyphen zu schreiben. Man sollte sich ja wirklich auf Englisch einigen. Man sollte sich ja wirklich auf Englisch einigen. Ja, ich dachte schon, ich muss auf Barbara wechseln, aber Barbara Stufe 70? Ich weiß nicht. Ob das eine gute Entscheidung ist. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Das hatte ich aber vorher nicht, oder? Das war's für mich. Das war's für heute. Oh, Sama! Ja, genau, danke. Ja, so kurz vor Ende noch zu verrecken ist schon nicht ganz so schön, aber einer hat es noch geschafft. Wir bekommen ein Teil, was ich brauche. Sogar wieder ein Traumlösungsmittel ist dabei. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Glaube ich. So sicher bin ich mir da jetzt zwar nicht, aber ich denke schon. Können wir mehr Spieler beenden? Sehr schön. Es gibt ein greedy, der ich in unsere Kraugen beendet habe. Hö, 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 Möcht部! Hö, 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 Hö! Hö. Hö. Eins müssen wir aber glaube ich noch, wenn wir nur drei fertig haben. Jetzt haben wir hier nochmal gebraucht. Sehne des Kriegers. Innimentalnektar und Fleiß. Beides eins. Elementalnektar. Leuchtender Nektar. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. von den dingen hier habe ich noch können doch auch 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 Poesie. Na gut, alles der Reihe nach, ne? Jetzt würde ich mal gucken, was wir hier machen dürfen, zum Auftrag. Jetzt würde ich mal gucken, was wir hier machen dürfen. Wir sind immer genau richtig. Oder den Müll auf dem Dach aufsammeln. Haha, toller Witz. Spaß zu haben scheint Palmon nicht wichtig zu sein, oder? Assistenten, der einem bei der Spielzeugherstellung hilft, natürlich. Natürlich, wir fahren dahin, suchen dahin, wir latschen dahin. Wir teleportieren uns dahin. Okay. 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 Vielen Dank. Wir sind hier, um zu helfen. Egal. Auch gesucht. Ein kleiner Fehler. 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 Ein kleinerありがとうございました. Ein kleiner Fehler. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was für ein Zungenbrecher. Peimons Geschmack bei Nahem ist auch nicht gerade besser. Vielen Dank. Theoretisch, sollte die Noten sagen. Aber praktisch. Früchte werden zu Spielzeugen. B. 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 Überlass das mir. Okay, ich habe eine Errungenschaft, wann habe ich die bekommen? Okay, das war heute, besiege in allen Formen, 348 Errungenschaften abgeschlossen, klingt schon nach einer ganzen Menge. Mir fehlen da echt nur 10 Truhen. Hm, okay, 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 ich wollte Inventar, ne? Am 11.7. wird das schon wieder ablaufen. Drei Stück Erz. Gibt es hier irgendwo Erz? Drei Blumen. Hm, okay, jetzt fehlt mir nur noch, ob der mir Blumen anzeigt. Ich möchte mir einfach die drei Dinger hier. Das waren keine Blumen. Das war's. 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 Früchte in der offenen Welt. noch schlimmer geht es eigentlich gar nicht noch mal die erste herstellung muss das jedes mal direkt abgeben oder was ich sammle und sammle und sammle und komme einfach nicht voran sie sind alle im sammler hey h4nn4xx ganz schön viel verlangt hannah also das xx hat keine bedeutung he später was ist später Auftrag abgeschlossen. Wenn ich jetzt wiederkomme, zum Herstellungsprozess Wie soll man Spielzeuge aus Früchten herstellen? Das leuchtet mir noch nicht so ein. Ich meine, die Spielzeuge fangen doch dann bestimmt nach einer Zeit an zu stinken und zu faulen. Oh, 60-Jurgelstein. Ah, natürlich. In 14 Stunden. Mal wieder. Das war's. Mehr gibt's hier nicht zu tun? Hm. Hm. Wir greifen die Maschinen aber auch nicht an. Schade. Na gut. Aber wir haben ja doch noch was zu tun. Bitten der Bewohner und die Kopfgeldjagden. Ich glaube, ich krieg hier heute auch schon Stufe 10. Mal wieder sehen. Gut, dann machen wir das. Was braucht die? Was braucht die? Achso, Viecher. Minze? Sakura-Blüten. Blüten bekomme ich hier oben. Nein, nicht da. Alter. Teleportationspunkt. Wann die nicht hier irgendwo? Ja. Schlecht zu sehen. Gut. Das waren vier. Wo ist nun mal fünf? ich glaube hier oben waren fünf natürlich ist ja gleich hier oben warum holt die sich das nicht selbst hier sind sie doch ich habe 640 hätte ich gar nicht machen müssen jetzt auftrag nummer eins abgeschlossen ja 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 Das war's für mich. So ist es. Es ist noch ein paar Fügel. Kaputt machen. Natürlich auch mal wieder 1000 Kilometer vom Teleportationspunkt entfernt. Ich muss die Dinger hier auch mal anfangen zu sömmeln. In der Summe habe ich noch kaum was gemacht. Fällt mir gerade mal so auf. Ich quatsch das Vieh muss ich klatschen. Na dann los. Ich dachte es geht um die komischen Standardviecher. Ja. Den habe ich total übersehen. Ach das ist noch einer. Von Insel zu Insel. Da ist noch so ein Vieh. War das gar nicht das Vieh, das ich umlegen musste. Was haben wir denn? Errungenschaften. 349 jetzt. Erreiche Ansehensstufe 10 in Inasuma. Noch mal 20 Uhr gestalten. Einfach so. Nehmen wir gerne mit. Moment. Äh. Moment. Das war jetzt echt nicht das was ich gerade machen wollte. Ich wollte Karte. Ach man. Aber dann brauchen wir jetzt auch die Kopfgeldjacken gar nicht. Wenn wir jetzt schon Stufe 10 erreicht haben. Was bringt mir das noch? Ein bisschen Geld. Wie viel Geld habe ich? Keine Signatur. Das würde ich vielleicht mal ändern. Flügel des Blitzwolken. Irgendwas. Ja, aber wir haben die Stufe 10 erreicht. Toll. Kopfgeld bringt mir gar nichts. Also dass es Zeit kostet. Wir haben 6565 Uhrbesteine. Tja. Ich guck mal hier schnell im Verlauf. Ja. Es ist möglich, dass die zwei mir gar nichts bringen. Außer nur 3 Sterne Waffen. Das Ding haben wir komplett. Das haben wir jetzt geschafft. Das Harz brauche ich gar nicht mehr. 500.000 Mora haben sich hier erledigt. Ich bin ein Bewohner. Das bringt gar nichts mehr. Egal was ich mache. 11 Tage, 14 Stunden geht es. Hm. Sammeln von Rohmaterial. Drei Stück Erzblumen und Früchte. Haben wir. Haken dran. Toll. Dann freuen wir uns auf die nächsten Tage, oder? Probeläufe habe ich noch gar nicht. Ich bin ein wenig. Mach mal das noch schnell. Ja. 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 Das war's für heute. herausforderungen bestanden verlassen einsammeln nochmal 20 hurlgestein schön ausprobieren schon wieder voll kann man sein dass die alle so schnell voll sind damit man gut ausprobieren kann damit die kämpferfläche so wirklich zum ausprobieren ist das jetzt keine sind dass keine guten kämpfe schon union als ob ich den ausprobieren müsste was hat die denn von der waffe elementarkunde in der rachenschreck ist keine gute waffe für sie denke ich und der hat noch nicht mal ein sternbild oder sowas speziell richtig kacke ja 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 nein da gibt es bessere team zusammenstellungen Büro ist eigentlich der letzte viersteine charakter der mir noch fehlt schlecht kein sternbild die 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 Gehe! Haben wir alles eingesammelt. Irgendeinen wöchentlichen Boss wollte ich jetzt noch machen. War das für sie? Der Grab. 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 Scheiße, was war da? Wasp. 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 Wenn er trifft, macht er Schaden. Mann, ich wollte gerade abhauen. 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 Mann, ich wollte gerade abhauen.